Du hast Jan nicht als Supporter Creator beim Item Drop eingetragen? Das müssen wir ändern. Gib jetzt im Item Drop in Fortnite Jan Wick ein und tritt der Jan Wick Army bei. Falls du es nicht tust, komme ich jetzt zu dir nach Hause und nösche deinen Fortnite Account. Viel Spaß mit dem Video. Was geht ab? Wir kommen bis gleich auf YouTube und heute machen wir einen Stream. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall Custom Games. Darklover auf Freezy Twitter uns den Account gegeben hat. Habt ihr Bock? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Bock? Der Code kommt gleich, Leute. Fußball, guck mal, der wird gewinnen. Merkt ihr das? Aber der wird gewinnen. Der wird gewinnen. So, es sind 100 Leute sind drin. Wartet, Leute, ich schreck dich kurz einmal nicht sehen, damit ihr nicht fliegt, wo Jan landet und kommt nach Lande. Könnt ihr nicht sehen, wo ich springe? Nee, nee. So, Leute. Jetzt könnt ihr sehen, wo Jan ist. Ich habe Hilfe! Hey, mach einfach den Siebsten. Wie viele sind wir denn? Zuschauerwein, sehr gut. Leute, ich habe das jetzt 10 Euro. Komm, ich wollte mich lieber, bitte. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab und zu? 3.000 Zuschauer. 3.600 Zuschauer, Leute. Oh Mann. Ey, was geht da ab? Oh mein Gott. Loll, komm, der kommt einfach bei ihm rein. Mach der. Zuschauerweins. Der hat gutes Aim, Mann. Oh mein Gott. Komm, Zuschauerweins, komm. Ich könnte in die Facewave holen dir. Wenn du gewinnst, dann erre. Komm. Der Arme. Oh mein Gott. No skiing. Komm, du willst. Oh, der ist slow. Komm, Zuschauerweins, Zuschauerweins. Schweinsweins. 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 Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, er ist tot leider. Oh mein Gott, die ist tot. Oh mein Gott, die ist tot. Komm, gönne die Barretzer. Das ist ein gutes Endgame. Geht auf safe auf jeden Fall. Er schießt ihn runter. Komm, komm, packst du. Alter, Alter, Alter. Er wird gefördert, partiert. Der wirft ihn damit. Oh, er gleitet weg. Was sind das für Wörter gefördert? Oh, ich kenne das gar nicht. Oh, ich kenne das gar nicht. So wie die Barretzer. Oh, ich kenne das. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer hat mit der Rute unser Arm machen, Abel. Er hat sieben Kills. 5.000 Zuschauerweins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wir werden einen Arm machen, wenn er uns heute rutscht. Er bohrt ihn ab. Er ist alles runter. Oh, wenn er keine Erinnerung hat. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, diese Kills sind viele Kills. 4 Kills. Leute leben, Leute. Ich bin auf Sonnassungen. Wir gucken mal ein bisschen mehr rein. Auf Sonnassungen nehmen sie Leute. Es geht recht klar. Oh, er hat Disrespekt. Er hat Disrespekt. Man könnte einen riesigen Snacken. Warum packst du Pax-U-Kon-Kon-Kon-Kon. Oh, er pläst Trim. Oh, er geht auf Pull. Er pusht ihn. Er hat aber auf Sonnassungen 1x1 gebaut. Oh, er haut ab. Er haut ab. Er macht komplett auf Ernst. Er hat sich immer aufguckt. Er hat sich immer aufguckt. Er hat sich immer aufguckt. Ja, diese Kugler-Spieler-Mensch. Ja. Holgen, herzlich willkommen. John Wick Army. Best Lens Gamer. Was? Leute, ganz wichtig. Wenn ihr hier teilt, macht bitte den Streamer-Modus auf. Oh, wie viel Trial-Schaden. Er schießt von 3 Kills. Oh mein Gott. Hint er den? Hä? Oh mein Gott. Der Schuss hat auch drauf. Oh mein Gott. 4ter Kill. 4ter Kill. Oh, hinter den, hinter die. Komm, hinter Moritz! Ich gönn den mehr. Ich muss nur noch einen... Ich muss nur auf Sieg schlitten. Mein Junge. Oh, packst du ihn! Oh, oh. Noch ein anderer Gegner. Oh, er wird... Er contestiert ihn nochmal. Komm Leute, komm! Komm Moritz, packst du! Oh Brungen! Oh, er wird geförgepart jetzt. Was geht ab da? Er hat nicht mehr Deadmach Schmerzen. Er wird so aus von... Er ist tot. Er ist tot. gg 6.400 zuschauer oh mein gott was geht der ernst dir ist schon klar du brauchst doch drei kills von vier gegner du musst gefühlt den killen alles pushen kommt du kannst nicht defensiv du kannst ja du weißt dass du vielleicht ein guter spieler bist aber du kriegst da nicht das preisgeld ist dir schon klar er guckt er hört auf meine worte wenn du wenn du wenn du den bei anderen hast dann mach mal ein emotes nach ordentlich eine gerechtigkeit dann okay okay komm du musst drei kids machen nur drei 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 kommen jetzt noch vier du musst jetzt alle drei holen sonst du bist alle holen kommen der schafft das so kann es noch schaffen es sind aber nur noch drei leute das sind zwei leute oder zwei leute er macht nicht auf wirkt falsch komm du musst alle töten du musst alle töten kommen ich weiß dass er nebenbei den zyman hat so deswegen und komisch ein verraste vom leben da muss alle kind als ich am törten da hinten da meint der hat schon sein das hier kippt der total ist bestimmt nicht das wird nicht glasert werden Nein, da hinten ist mal da unten Ich weiß, er wird ja nicht gelasert, wenn ich mich sicher bin Der ist schon in der Moment, dass es ein guter Spieler ist Die beiden sind nicht am Schützen, die beiden Also... Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Nein! Was? Er hat 4 Kills! Er kriegt die 10 Euro, wenn er das holt Du kannst die Feinden lassen, bleib unten, ja Ja, er wird... Letztes save 2, ja Oh mein Gott 3 Kills, Classic by the way Du brauchst den letzten Killmarm Wenn du jetzt die Killmarm kriegst... Oh mein Gott 6 Kills Pre-FM Wir... Schick dich mit an der F.A. und geben den an den Code Ja! Mann! Er war Punisher Punishers 50 Warum? Karma Karma Yeah Boy Wir werden gerade alle gespielt sein Jigo hier am... Das... Keine Ahnung... Sorry, das fetscht... Das fetscht... Falsches... Wir machen das gleich Ok Leute... Oh, er wird gepusht Jigo, das war das dann doch... Er wird gepusht Ja, das... Hä? Was macht der? Er hat keine Max... Achso... Oh... Oh mein Gott... So viel Leben... Oh mein Gott... 3 16 Leben... Oh shit... Das war sehr knapp... Das war sehr knapp... Das war sehr knapp... Das war sehr knapp... Oh mein Gott... Ich kenne 7 6 5 5... Oh... Das war ein Kill schon wieder... Es gibt schon die Ruinen... Ah, heute ist Donnerstag... 2 Kills... 2 Kills... 1 Kills... Oh... 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 Was war... Was war los? Scoops Ehre... Oh... Er wird geholzt... Er wird geholzt... Oh... Er wird geholzt... Die... Unterstrich Evil... Hat den Gold mit 2 Kills... Oh... 3 Kills... Er hat 3 Kills... Dankeschön... Nein... Das ist ja... Oh... Schade... So... Oh mein Gott... Oh... 1 Kill... Du musst alle... Bruder... Du musst alle killen... Dein Ernst... Du musst jetzt alle killen... Oh... Es geht um 10 Euro... Oh mein Gott... Wer ist... Was ist denn... Leute... Der konnte den hier runter... Geupdatet... Oh... Du bist ja ein Wunsch... Der... Du hast ja anders... Oh... Was... So krassen Loot... Ja... Aber er hat krassen Loot... Komm... Beweis dein Skill... Du musst halt echt den killen... Oh mein Gott... Er hat den... Er hat den... Er hat den... Oh mein Gott... Komm... Komm... Hol die... Hol die... Ich glaub an dich... Ist das ein chinesischer Name... Er hat schon echt ein schlauer Spiel... Auf jeden Fall... Du hast Minis... Du hast zwei Minis... Du hast das Minis... Du hast das Minis... Du hast das Minis... 5 Centro... Komm... 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 15 Centro... Komm... Noch ein Minis... Oh mein Gott... Ja... Geh da... Er ist slow... Komm... Oh... Dreckig... 4... Oh... Ich hab mich schon gefreut... Ich auch... Broken Waste... Du bist so lucky... Ehre... Du kriegst gleich... Oder heute noch... 10 Euro zugesendet... Egal... Du musst den holen... Wir legen weg... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Ehre genommen... Ehre... Genau... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Ehre... Ehre... Der macht nur Feinkills... Oh... Der ist gut... Der ist gut... Der ist gut... Der hat die Chance auf 10 Kills... Der hat die Chance auf 10 Kills... Wenn der 10 Kills macht... 20 Euro Leute... 20 Euro... Komm... 10 Kills... Bruder... Oh... So Leute... Oh mein Gott... Schon wieder einmal... Oh mein Gott... Er hat ihn gewählt... Oh mein Gott... Oh nein... Vielleicht wird er sterben... Oh... Der wird einenной... Oh mein Gott... Der stirbst... Der hat... Der bedurte sich... Das Giftfälle gilt, da hinten... Okay... Er schießt mit Boden... Schießt mit Boden rein... Oh... Der ist wirklich das... Der ist... Nächste Zon ist... Star in Paradise Bombs... Spaß... 2 kills 2 kills Noch 3 Gegner, er muss 2 killen Oh, er war fast abfeichern Fast an Sohn verritzt 2 kills, du kriegst einen 10€ Faces mit einem Sieg Du musst beide holen Oh, du kriegst keinen Faces mehr Sorry mein Bruder Aber vielleicht der andere Komm, sei lang und ja Irre, du den holst Du hast keinen Match da haben Oh, oh Der Mini Brauchen wir lieber mitlaufen Das ist sehr wichtig Du kommst da nicht hoch Du kommst da nicht hoch Du kommst da nicht hoch Oh mein Gott, der Arme Ja, er ist super Nein, der letzte 3 kills hat der andere noch 4 kills Damit, warte ich mach ein Foto Du kriegst gleich eine 10€ Ich muss schnell ein Foto machen Du kriegst gleich eine 10€ Faces von uns zu gesehen Hahahaha, bitte stirbt daran Bin nicht stirbt Nein, so, mach dir kaum weh Kannst du auch noch ein Nacho beurteilen? Geht ihr? Ja, glaub ich bin ja Ja, 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 ja Ja, ein Leben macht Ein Leben, ne? Ich schluch auf alles, das ein Leben Ich weiß Das ein Leben Willst du nur mal nicht holen? Ich hinfällst dich hier ein Ja! Hütterleben! Schimmer! Der macht dir gleich alles kaputt! Jan! Jan, Schimmer! Ey, mal führst du den Hitze auf den Boden!